So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist das vierte Video nacheinander, was ich jetzt aufnehme, ja. Ja, die schläft nämlich und die Mama habe ich gerade in die Sparkasse geschickt, die wollte dann noch was machen. Habe ich gesagt, kannst du ja jetzt fix machen, ich mache dann so lange Pizza, bis du wieder kommst und nehme noch ein Video auf. Das ist also das vierte, aber auch letzte Video dann für heute, bis dann abends der Stream kommt. Und chill mit Ramses, wie immer, montags, wisst ihr Bescheid und keine Ahnung, ich kann jetzt schon nicht mehr sinnlos, sinnlos, sinnlos. Im Endeffekt lese ich eh nur die Artikel vor, die ihr schon alle kennt, aber GO Games hat mal wieder was veröffentlicht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, die Anforderungen für Level 41 bis 50. Ihr wisst, das große Level-Erweiterungs-Update-Paket steht im Haus. Die Level-Erweiterung steht aus, auf jeden Fall mit GO Beyond. Geht alles bald los, macht euch bereit, haltet euch fest. Viele wollen jetzt noch Level 40 werden für die Medaille bis Ende des Jahres. Viele sagen jetzt schon, mach endlich hin, ich will endlich Level 50 machen. Zu wem zählt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Und es sind jetzt schon ein paar Sachen durchgeblickt, dass man weiß, durch die Tests in Australien, welche Aufgaben wohl auf uns zukommen, welche Belohnungen, welche Anforderungen da sind, was auch immer hin und her. Ich bin ein Typ, ich mag mich ja immer nicht spoilern lassen. Ich bin ein Typ, der mag sich ja immer überraschen lassen, wenn es soweit ist. Trotzdem weiß ich, es interessiert viele Leute von euch. Und da manche jetzt schon gesagt haben, spätestens ab Level 48 wird es mega krass und dauert mindestens 8 Wochen, bis man wirklich dann die 50 erreicht. Ich finde, das klingt sehr gut auf jeden Fall. Ich fände es schlimm, wenn die Levelerweiterung kommt und nach zwei Tagen sind 90% der Level 40er schon Level 50. Also schön, wenn das in die Länge gezogen wird. Was muss man dafür jetzt aber tun? Sind da wirklich so krasse Sachen dabei? Anforderungen für Level 41 stehen zum Beispiel hier dabei. Verwende 20 Power-Ups bei legendären Pokémon. Hm. Da hätte ich jetzt schon mal ein Problem. Zudem, wenn ich ein legendäres Pokémon bekomme, was gute IV hat, dann pushe ich das meistens direkt mit dem Verschwinden des aktuellen Raid-Bosses. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt noch welche habe, die ich power-uppen kann, die ich pushen kann. Extra für die Aufgabe, sinnlos 20 Power-Ups bei irgendwelchen Krücken machen, finde ich auch nicht gut. Ich könnte wirklich mal reinschauen, was ich noch habe, was ich noch gar nicht gepusht habe, wovon ich noch gar nichts gemacht habe. Ob Kyurem kommt jetzt, da werde ich auf jeden Fall versuchen, ein 100er Kyurem zu bekommen. Vielleicht auch durch Glücks-Trades, alles hin und her. Denn Regiram und Zekrom habe ich ja beide ein 100er, da würde das Kyurem noch fehlen. Vielleicht da was drauf. Ansonsten eben ein 98 oder so, was man hat, pushen, obwohl Kyurem macht man eigentlich nichts mit. Vielleicht nochmal ein zweites Zekrom pushen oder macht man auch nichts mit. Lasst mich lieber noch ein Kyogre pushen. Das geht immer, das ist auf jeden Fall richtig genial. Gewinne 30 Raids. Dauert 30 Tage, wenn man nur den kostenlosen Pass nimmt. Da aber jede Woche die Raid Mania ist, und bei der Raid Mania ich mich ja sowieso von euch einladen lasse, müssten die 30 Raids auch schnell gemacht sein. Fange 200 Pokémon an einem Tag. Keine Ahnung, wie viel man ganz normal... Das dürfte für manche Spiele ein Problem sein, bei denen wirklich gar nichts ist. Aus einer Stunde Rauch kommen vielleicht dann... Na gut, kommen vielleicht 60 Pokémon. Das heißt, ihr macht 3 Rauchs an und habt immer noch keine 200. Müsste aber machbar sein, auf jeden Fall. Dann nehmt euch am Wochenende einen Tag vor und raucht die ganze Zeit durch. Dann müsstet ihr das haben. Verdiene 5 Goldmedaillen. Existierende zählen bereits. Müsste automatisch abgeschlossen sein. Genauso wie die 26 Millionen EP. Wie gesagt, ich hab aktuell 308 Millionen, glaub ich. Also 26 ist kein Ding. An Erfahrungspunkten sollte das nicht scheitern. 30 Raids müsste ich wohl also dann auf ne Raid Mania warten. Und verwendet 20 Power-Ups. Das mach ich dann, wenn ich das Video mach, direkt mit dem Level-Aufstieg. So. Dann, wer noch nicht Level 40 ist. Achso, da ist der Artikel. Darüber hatten wir es schon. 200 Pokémon einem Tag zu fangen, sollte man, sofern man entweder das Haus nicht verlassen kann oder möchte. Oder die natürlichen Pokémon nicht ausreichen, zusätzlich Rauch verwenden. Wie gesagt, haben wir auch schon, ne. Wer schon jetzt ein legendäres Pokémon hat, welches er pushen möchte, sollte damit noch warten, bis das Update aktiviert ist. Wenn ihr natürlich jetzt Level 5 seid, braucht ihr nicht auf das Update zu warten, denn, das zählt ja eh nur, wenn ihr Level 40 seid und dann dazu. Level 42. Entwickele Evoli in jeder seiner Entwicklungen. Zählt wohl leider nicht rückwirkend. Ich habe alle Evoli-Entwicklungen als Hunderter. Ich habe alle Evoli-Entwicklungen als Shinies. Und ich habe alle Evoli-Entwicklungen als Blumenkranz-Shinies. Ist also eigentlich komplett sinnlos. Man macht das für die Aufgabe einfach nochmal, da gehen dann die Fragen wieder los. Hä, ich habe jetzt mein, ich wollte meinen Psyaner entwickeln, es ist ein Aquaner geworden. Woran liegt's? Dann kommen wieder dieselben Fragen hundertmal. Aber eigentlich, wenn ihr Level 40 seid, müsstet ihr mittlerweile wissen, wie man einen Psyaner und auch Tara entwickelt. Verwende 15 Entwicklungs-Items, um Pokémon zu entwickeln. Da ich alle Pokémon immer wegschmeiß und eigentlich nur die Hunderter aufhebe, wäre es jetzt doof, wenn ich meine Hunderter alle durchentwickel. Wenn ich die Familie behalten will, also muss ich ein paar Pokémon fangen, die Entwicklungs-Items brauchen. Entwicklungs-Items selber habe ich aber, glaube ich, genügend auf der Hand. Drei fabelhafte Würfe, wird beim Raid-Boss gemacht, kein Problem. 200 Bären beim Fangen von Pokémon ist theoretisch dasselbe wie 200 Pokémon. Denn meistens, wenn ihr eine Bäre nehmt und das Pokémon drin ist, braucht ihr sowieso ein neues Pokémon, um eine Bäre zu nehmen. Ist also wieder nur ein bisschen Zeit rausschinden, ist aber jetzt nichts wirklich schweres dabei. Also das ist eigentlich bis jetzt alles viel zu einfach, viel zu einfach. Und 33,5 Millionen EP, aber auch da kein Problem, kein Problem. Hier seht ihr nochmal, wie man schon jetzt mit zwei Evoli spazieren, um diese später entwickeln zu können. Für alle anderen Evoli-Entwicklungen empfehlen wir unseren Guide dazu. Ihr wisst ja, Moos-Modul, Gletscher-Modul und der Rest ist halt leider Zufall. Also, spart jetzt schon mal ein paar Items für die Entwicklungen auf und habt ca. 200 Bären parat. Das ist auch einfach kein Ding. Level 43, verdiene 100.000 Sternenstaub. Okay. Zählt ab da, dann wird hoffentlich eine Anzeige geben. Also viel brüten, viel fangen. Raids machen. Vielleicht kommt ein Event. Sternstück, Raids. Spotlightstunde. Doppelstaub fürs Fangen. Sternstück an. Zack. Verwenden. Dauert ein paar Tage. Passt. Verwende 200 sehr effektive Ladeattacken. Uuuh. Ist schlecht, denn meistens, wenn ich hier eine Arena angreife, sitzen Pokémon schon 50 Tage drin und sind tot. Du haust einmal drauf, es fällt direkt um. Du kommst nicht mal zu deiner Ladeattacke. Würde dann wohl eher in Raids eine Rolle spielen. Ansonsten PvP auch, ja. Keine Ahnung. Kämpft halt. Und wenn ihr das unbedingt pushen wollt mit einem zweiten Account gegenseitig hin und her oder heilt Arenen immer und greift an. Arenen heilen, angreifen, hin und her, irgendwas. Fange 5 legendäre Pokémon. Also auch 5 Raids. Würde ich mir wahrscheinlich wieder 5 Tage Zeit lassen. Verdiene 5 Pladin-Medaillen. Uuuh. Pladin-Medaillen dann also auch schon freigeschalten, ja. Wenn das kommt. Da bin ich mal gespannt. Da würde ich sowieso ein Video machen. Meine ersten Pladin-Medaillen. Welche direkt auf Pladin sind. Welche noch nicht. Welche man schon hat. Das ist also sehr interessant. Aber wie hier auch keine Hürde, weil das ist ja automatisch dann schon drin. 42 Millionen. Auch egal. Das Einzige, was ich nervig finde, sind also die 200 sehr effektiven Ladeattacken. Gerade wenn ich Arenen mache, ich nehme das vorgeschlagene Team, hau drauf, alles fällt um. Da ist nichts mit sehr effektiv oder irgendwas. Falls eure Ressourcen und Brutmaschinen, Sternstücke begrenzt sind, solltet ihr diese für dieses Level aufsparen. Für die Ladeattacken zählen Kämpfe gegen Freunde, Team Go Rocket, GBL, Raids, Arenen, sodass man hier schnell die 200 erreichen kann. Ja, aber nicht wenn alles umfällt, bevor die Ladeattacke kommt. Level 44. Gewinne 30 Trainerkämpfe in der Superliga. Gewinne 30 Trainerkämpfe in der Hyperliga. Gewinne 30 Trainerkämpfe in der Meisterliga. Gewinne 20 Trainerkämpfe in der Go Battle League. Warum? Was hat das mit Level 44 zu tun? Dass die bei 44 so da drauf gehypt sind, die GBL... Achso, ja gut, nee. Da steht ja nur Superliga, Hyperliga, Meisterliga. Geht das auch gegen die eigenen Teamleiter? Auf jeden Fall würde es ja dann mit einem 2. Account gehen. Das heißt, ihr könnt ja mit einem Freund euch absprechen und sagen, komm, wir machen jetzt mal Superliga. Lass mich 30 Mal gewinnen, danach gewinnst du 30 Mal. Dann machen wir das in der Hyperliga. 30 ich, 30 du. Das ist doch keine Herausforderung. Das ist doch nichts Besonderes. Das ist doch einfach nur schmierig. 20 Trainerkämpfe in der Go Battle League. Da bin ich froh, dass das nur 20 sind und nicht, dass dort steht, erreiche Rang 10 in der Go Battle League. Das wäre nämlich richtig brutal. Sieht also auch eigentlich relativ easy aus. Ist nur nervig. Nicht herausfordern, einfach nur nervig. Die Trainerkämpfe gegen Freunde, genau, bla bla bla, WP10-Pokemon. Wer nicht aktiv in der Go Battle League teilnimmt, sollte mit dem Start warten, bis er an dieser Stelle angelangt ist. Da die Kämpfe in den ersten Rängen tendenziell etwas einfacher sind. Stimmt natürlich. Level 45. Besiege 100 Go Rocket Rübel. Zählt wahrscheinlich auch nicht rückwürgend, oder? Zählt bestimmt dann. Oder? Nein. 100 Rocket Rübel. Erlöse 100 Krypto. Also wenn das wirklich erst ab da zählt. Es steht ja nichts da mit rückwürgen. 100 Pokémon erlösen. Ich hasse das jetzt schon überhaupt, das Erlösen für die Medaille. Sinnlos Staub rausschmeißen. Jetzt also wirklich nochmal dann 100 Erlösen dafür. Also hebt alles auf, was 1000 kostet. Besiege 50 Go Rocket Vorstände. Wenn ihr für jeden ja sowieso erst mal 6 Rübel besiegen müsst. Das dauert also auch ewig. Die 100 Rübel hören sich erstmal viel an. Sind aber schneller gemacht als die 50 Rocket Vorstände. 10 Platin-Medaillen kommen wohl dann auch wieder von selber, sag ich mal. 66 Millionen sind auch kein Problem für mich. Was am nervigsten ist, ist wohl wirklich 50 Rocket Vorstände besiegen. Permanent, einfach die ganze Zeit nur darauf fixiert, dass kämpfen, 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 kämpfen. Also hat auch nicht wirklich was mit Skills zu tun. Sondern einfach nur alles in die Länge ziehen. Spart jetzt schon Krypto-Pokémon wie Zubat, Kaba oder Hornlio. Die nur 1000 Staub. Genau, so seid ihr schneller am Ziel. Level 46. Löse 100 Feldforschungen. Na, das ist doch okay. Mach einen Schnappschuss, 7 Tage hintereinander. Was ist das, Mann? Das ist doch nichts. Das ist eine Anforderung, um von Level 1 auf 2 zu kommen oder so. Lande 50 fabelhafte Würfe. Finde ich gut. Das hat mit Skills und Können wenigstens zu tun. Brüte 30 Eier aus. Kann man rein-cashen. Brutmaschinen, sonst was. Oder man lässt sich wieder Zeit. Man braucht ja eh 7 Tage, um die Schnappschüsse zu machen. 100 Feldforschungen. Ja, muss man halt öfters mal drauf gucken, wenn was fertig ist, dass man das abholt. Dass wieder eine neue reinkommt, die dann auch fertig gemacht werden kann. Ich vergesse das so oft und dann passiert gar nichts. 82 Millionen. Ist auch okay. 50 fabelhafte Würfe. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Würde ich wahrscheinlich auch wieder in einem Stream machen. So 50 einfach fabelhafter Wurfstream. Zack, Teil 2. 50 Würfe. Sucht euch einfache Feldforschungen, die schnell zu lösen sind, auch wenn die Belohnung vielleicht nicht interessant ist. 5 gute Würfe für Bären oder Sternstaub ist schnell gelöst. Achso, ja. Für die fabelhaften Würfe empfehlen wir Pokémon besonders groß im Fangkreis. Darüber hinaus hilft nur Üben, Üben, Üben. Oder legendäre Pokémon aus Raids. Sind eigentlich immer schön mit einfach fabelhaft zu fangen. Außer das Sehntrio. Das war wirklich der letzte Dreck, wenn es ums Werfen ging. Warum wollt ihr euch einfach so extrem vorbereiten? Es hetzt euch doch keiner. Nach 50 kommt ja eh erstmal nichts mehr. 10 Jahre lang. Level 47. Gewinne 30 Raids mit Teams aus unterschiedlichen Pokémon. Also ich hab noch, ja gut, wenn jetzt Mewtwo da ist und ihr kämpft mit 6x Despot da, zählt das ja nicht. Also nur ein Despot da, dann ein Sneapunner vielleicht, ein Grammchef rein, ein Mega-Gänger, irgendwas, keine Ahnung. Ist, ist okay, ist aber jetzt nicht so schwer. Beziehungsweise gut, wenn man eh nur, also ihr könnt ja auch ein Level 1er Raid machen. Ihr tut ein krasses Pokémon vorne rein und 5 hässliche hinten rein und dann passt das auch. Gewinne einen Raid der Stufe 3 mit Pokémon unter 1500 WP. Heißt das, du könntest jetzt mit 20 Accounts den Raid machen, aber auf deinem Hauptaccount darfst du nur kleine nehmen, aber der wird eh von den anderen durchgetragen. Steht ja nicht da, dass das Solo sein muss, oder? Könnte man als Herausforderung nehmen, kann man sich aber auch einfach durchtragen lassen. Verwende Power-Ups bei 6 Pokémon bis zur maximalen WP. Da hauen sie die Ressourcen wieder raus. Dadurch, dass ich alles immer direkt maxe, was gut ist und was nicht gut ist, maxe ich nicht. Also darf ich ab jetzt nichts mehr maxen. Obwohl das ja lustig ist, wenn du... Ja, ist die maximale WP dann Level 40 oder Level 50? Sonst wäre es ja erst recht mies, aber die haben ja bestimmt das Level 40. Hoffe ich zumindest. Ach, keine Ahnung, verdiene 20 Platin-Medaillen. 100 Millionen EP ist also auch noch okay. Platin-Medaillen, muss mal schauen, was schon da ist, was nicht. 6 Pokémon am besten jetzt auf Level 39,5 pushen. Und dann erst ab Level 47, also 46, dann den einen Power-Up geben bei 6 Stück, dann passt das. Raids der Stufe 1 und 3 können problemlos besiegt werden mit einem Team aus 6 unterschiedlichen Pokémon, da man meist ohnehin nur eins benötigt. Sucht euch einen Raid-Boss der Stufe 3 aus, der eine doppelte Schwäche hat. Verwendet Glücks-Pokémon, um beim Power-Up Sternenstaub zu sparen. Achtung, die neuen maximalen WP sind bei Level 50. Ihr benötigt also XL-Baumoms. Okay, da ist ja schon die Antwort. Ja, das ist ja mies. Muss ich irgendwas... Neben dem, ja, neben Glücks-Pokémon, aber am besten, dann tauscht halt absichtlich ein Level 35er Pokémon, wild gefangen, als garantiertes Lucky, was ganz oft rumsitzt, dass nicht mehr viel fehlt und ihr den Rest da hochschmeißen könnt. Level 48 erhalte 20 Souvenirs von deinem Kumpel. Das finde ich mies. Das kannst du in dem Sinne nicht wirklich beeinflussen. So oft habe ich das, dass da steht, mein Buddy hat ein Geschenk gefunden und es gibt mir einen Trank, aber Souvenirs erhalte ich ultra selten, keine Ahnung. Vielleicht mache ich was falsch, aber 20 Souvenirs, hm, zieht sich. Verdiene 300 Herzen mit deinem Kumpel. Ja toll, da muss man ja wieder einen nehmen. Und komplett von normal, das ist ja nicht insgesamt, sondern mit einem. Also müsste man einen von nichts zu Best Buddy machen, ja. Laufe 200 Kilometer mit deinem Kumpel. Laufe 25 Kilometer pro Woche, acht Mal. Deswegen dauert es auch acht Wochen, dass ihr das so machen müsst. Und 121 Millionen. Okay, laufen, 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 laufen. Beim Laufen kommen ja auch die Herzen, kommen ja auch die Souvenirs. Ein Best Buddy machen. Ich glaube, Best Buddy dauert ungefähr sowieso so 15 Tage. Eigentlich 30 Tage, dann vielleicht 15 Tage, wenn ihr das Maximum rausholt. Verwendet dafür Kumpel, mit denen ihr bereits Überkumpel seid, wechselt zwischen diesen immer durch, um eure Chancen auf Souvenirs zu erhöhen. Maximal ein Souvenir pro Kumpel pro Tag. Achso, deswegen kriege ich die so wenig. Um 300 Herzen mit einem Kumpel zu erreichen, sollte man den Status Excited aufgeregt erreichen, sodass man pro Tag 20 Herzen verdienen kann. Da man für dieses Level ohnehin mindestens acht Wochen benötigt, ist es aber auch kein Problem, dies in dieser Zeit zu schaffen. Wer 25 Kilometer in je acht Wochen schafft, hat damit auch 200 Kilometer mit seinem Kumpel erreicht. Level 49, 146 Millionen, ist noch okay. Aufgaben in Verbindung mit Freundschaft, da die genauen Aufgaben noch nicht bekannt sind, können wir hier noch keine konkreten Tipps geben. Super. Verbindung mit Freundschaft, okay. Hab so und so viele beste Freunde, die ich immer lösche. Schnell kommt alle zurück, ich brauche euch. Level 50. 176 Millionen. Okay, wie gesagt, wir haben 308. Passt. Fabelhafte Würfe. Bestimmt so, mach 1000 fabelhafte Würfe. An einem Tag. Also wenn ich Niantic wäre, würde ich so machen. Fange 200.000 legendäre Pokémon. In einem Jahr. Team Go Rocket Vorstände mit bestimmten Einschränkungen. Besiege Team Go Rocket Bosse mit nur drei Ditto auf der Hand. Auch hier keine konkreten Aufgaben. Wunderbar. Der Weg hin zu Level 50 ist keineswegs leicht, egal ob man bereits die notwendigen Erfahrungspunkte gesammelt hat oder nicht. Wer gedacht hat, dass Level 50 ein leichter Durchmarsch wird, hat sich klar getäuscht. Äh, viele dieser Aufgaben sind zwar theoretisch einfach zu bewältigen, wenn man die EP bereits gesammelt hat, aber auch diese nehmen Zeit in Anspruch, sodass man mindestens neun Wochen braucht, um Level 48 zu werden. Ist ja okay. Wir haben jetzt Zeit. Trotzdem finde ich, vieles ist einfach zwar langwierig, aber trotzdem leicht. Ich sehe jetzt eigentlich nichts, was ultra schwer ist, oder? Was ist denn davon jetzt schwer? Mit einem Kumpel 300 Herzen verdienen. Dauert einfach ewig. Ist auch aber nicht schwer. Selbst wenn du nur ein Herz am Tag machst. Dauert das halt 300 Tage, so gesagt. Und hier ein Level 3er zu besiegen. Es steht ja nicht da, dass man den Solo machen muss. Deswegen denke ich auch, dass das nichts ist. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, die Aufgaben sind zu leicht? Findet ihr, die Aufgaben sind zu schwer? Was ist eurer Meinung nach die schlimmste Aufgabe, die ihr bis jetzt gehört habt? Und was ist die leichteste Aufgabe? Vielleicht mach acht Foto, mach acht Schnappschüsse hintereinander. Also an acht Tagen. Das ist ein Witz, oder? Acht Schnappschüsse. Okay. Joa, ansonsten sehe ich nichts Schwieriges. Ich sehe nur alles, was sich zieht. Aber Level 50 kann kommen. Ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend im Livestream. Chill mit Ramses. Gucken auch, was 20 Uhr dann passiert. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und jetzt mache ich mir erstmal eine Pizza. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.